Oh, zu spät, immer wieder das Handy aus, na super. Ich glaub's ja wohl nicht. Oh Gott, ich erschieß mich. Oh, hör zu, ich war gerade auf dem Weg hier. Hey, hey, hey. Wenn deine Ausrede das Wort Martin enthält, dann schmeiß ich dir dieses Buch an den Kopf. Und das ist Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Also pass auf, was du sagst, ja? Ähm, ja, also, ähm... ...gehabt. Einschließlich Uni? Meinetwegen. Jetzt mal im Ernst. Du hättest mehr Sex haben sollen. Da bemüht man sich ewig nicht als Sexobjekt gesehen zu werden, bis man es dann überhaupt nicht mehr gesehen wird. Aber ich sehe dich. Du hättest mehr Sexobjekt gesehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020